Musik Applaus 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 Das erste Modell gibt ca. 10 Maschinen, davon fliehen die Maschinen, die muss da unten überprüfen. Jetzt kommt er durch. Und dann fährt er fort in den Linksbrief. Und dann bezählt er mit einer Geschwindigkeit von 60 Stunden. Da ist jetzt da mal die Landeklappe. Sie kommt jetzt von Ast und kommt sie über den Platz. Sie sehen jetzt, Landeklappen rausgefahren. 22 Kilo hängen jetzt da oben. Das ist windig. Alle jungen wird der Gute. 20 60,angi. Und dann wird das Urge ein. Das ist eine Runde. Dann ist das! Was ist das? Ja. Nee. In. Im. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, für dieses Modell, eine Spannweite von fast 3 Metern, muss man schon... Ich habe es in den Lernstern. Ich habe es in den Lernstern. Ich habe Modellen, die gibt es so an den Eigenheiten. Die hat gedacht, ich habe das. Das ist eine Tatschine, die gut greift. Sie ist schon helflich besser geworden. Aber es sind ungefähr 7 Sekunden. Hier liegen wir jetzt bei 4 Sekunden. Aber man muss alles einkalkulieren. Jetzt kommt er noch mal an den Bord. Das ist eine Tatschine. Was kocht ihr, Hermann? Was kocht ihr umdreizend? Ich finde das so schön. Das sind 20 Jahre. Das ist ein Klapp. Ich muss noch einmal an das. Ich muss die Kamera in den Bordern kommen. Der Pilut wackelt mit den Flächen und kommt jetzt von Osten zur Landung rein. Die muss man jetzt aufpassen, der Platz ist hier kurz, dass man genau den Aufsetzpunkt erwischt, sonst schießt sie zu weit raus, aber hier, das ist sehr gut. Jawoll!